Der Autofahrer ist zu schnell gefahren und hat den Hund nicht gesehen. Er hat im letzten Moment gebremst. Die Straße war aber glatt, weil es geregnet hatte. Das Auto ist also ins Schleudern geraten, hat den Hund überfahren und ist gegen einen Baum gerast. Eine Frau hat den Unfall bemerkt und sofort die Polizei angerufen. Nach wenigen Minuten ist der Krankenwagen angekommen. Die Sanitäter haben den Autofahrer aus dem Auto rausgeholt und ihn auf den Boden gelegt. Die Polizei hat dann die Straße gesperrt. Die Folge war ein langer Stau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Autofahrer ist zu schnell gefahren und hat den Hund nicht gesehen. Er hat im letzten Moment gebremst. Die Straße war aber glatt, weil es geregnet hatte. Das Auto ist also ins Schleudern geraten, hat den Hund überfahren und ist gegen einen Baum gerast. Eine Frau hat den Unfall bemerkt und sofort die Polizei angerufen. Nach wenigen Minuten ist der Krankenwagen angekommen. Die Sanitäter haben den Autofahrer aus dem Auto rausgeholt und ihn auf den Boden gelegt. Die Polizei hat dann die Straße gesperrt. Die Folge war ein langer Stau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017